Hey ihr Sahneschnitten und damit herzlich willkommen zum langersehnten Revival 4 und somit zu unserer Titelverteidigung 2.0. Kurz und knackige Info für euch vorab. Wir spielen mal wieder in 5er Teams, jedoch sind dieses Mal Ghostlike und Rama nicht bei uns dabei. Stattdessen spiele ich dieses Mal mit Monetti, den ihr in Revival 2 auch schon kennenlernen dürftet und Oliver, der damals bei GG-Zeit noch dabei war. Ebenso aus Revival 3 sind auch Simplex und Apfel wieder mit dabei. So, und nun kurz zum Projekt. Revival 4 ist dieses Mal ein wenig anders. Die Loot-Beacons, die auf der Map erscheinen, sind nach wie vor wieder sehr stark und komplett verändert. Jedoch müssen wir dieses Mal keine random Schnecken auf der Karte finden. Stattdessen müssen wir sogenannte Rare Sightings jagen. Das sind Dinos, die leuchten rot mit blauem Schimmer und spawnen mit Level 1337 und sind dementsprechend nicht gerade schwach. Hierbei besteht dann die Chance von 33% neben gutem Equipment auch Bonbons zu droppen in drei verschiedenen Farben. Rot, grün und blau. Isst man ein solches Bonbon, wird man mit einem Otter schwanger in der passenden Farbe. Diese Otter produzieren dann mit der Zeit verschiedene Perlen im Inventar. Jeder dieser Otter, eine jeweils andere. Um das Finale zu triggern, benötigt man 20 Perlen von jeder Sorte, um damit dann die finale Trophäe zu bauen und diese zwei Stunden lang gegen den gesamten Server zu verteidigen. Bekommt man mehr als nur einen Otter pro Sorte, geht die Produktion natürlich schneller. Also wird es vermutlich eine Menge Open PvP und diese Rare Sightings geben. Und wie immer haben wir uns natürlich einen Plan ausgearbeitet. Wir teilen uns zu Beginn in Zweier- und Dreierteams auf. Simplex Apfel und ich claimen einen guten Startspot, während Monedi und Oliver einen Spot claimen, wo wir erst im Verlaufe des Projekts einziehen werden. Aber dazu dann später mehr. So, und mit diesen Infos entlasse ich euch nun in den Start von Revival 4. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, checkt doch die gegnerischen Teams aus. Let's go! Ich bin gleich am Torbogen. Ich muss jetzt Dims durchziehen. Ich habe nicht viele. Hast du so viel Movement, dass du von einem Saber wegkommst? Hm, schwer gerade. Ich muss ihn jetzt hier an der Kante abschütteln. Die erste Foundy steht. Sehr schön. Äh, Mann, Alter. Hoffentlich sind da oben jetzt keine Raptoren, Alter. Da kommt einfach gerade ein Rex vom Spot runtergelaufen. Na, ein Glück. Wenn ich Pech habe, läuft der mir gleich wieder hinterher hoch. Da oben kloppt sich, glaube ich, irgendwas. Hier sind Terrorbirds. Und noch ein Rex. Leck mich am Arsch, Alter. Okay, es stehen erstmal einige Foundys hier oben. Ich erküpp mich jetzt hier oben. Ich bin auch gleich da oben. Es sieht so, dass du heile nach oben kommst. Scheiße, Terrorbird frisst mich auf. Werde ich nicht vorwegkommen. Ich bin viel zu schwer. Ja. Shit, ey. Ich kann nur versuchen, den jetzt irgendwie in den Diplo reinzukiten. Nee, ich bin tot. Wir haben uns noch nicht eingeladen. Jetzt kannst du hier nichts tun. Das ist richtig scheiße. Ah, fuck, Mann. Wieso ziehen die denn komplett an mir vorbei? Main Spot gehört uns, nebenbei. Ja. Ja, siehst du, dass du für Stein noch gehst, oder? Ja, das muss ich, glaube ich, benutzt das. Ich bin schon wieder bis zur Tundra gespawnt, Alter. Oh, mir hat ein Player. Richtig, richtig tot. Auch kein Problem damit. Fake Flash ist tot. Welches Level sind Steinfundamente? 23 oder sowas. Loll, der hatte schon Schettin und alles. Wo hat der das denn her? Der hat irgendwie Trilobyte umgenockt. Nein, Turtle Up-Bout. Oder Trilobyte, oder? Ja, aber Black Pearls und Marlts. Ja, Trilobyte. Schettin. Trilobyte, Trilobyte. Ich hätte ganz gerne Leder eigentlich. Ich weiß nicht, wo ich das aktuell hernehmen soll. Da oben sind immer noch ein Rex, ne? Ja. Na ja, Apfel. Es könnte sein, dass ich den Rex gleich auf Agro habe. Ich muss den Rewa-Unterren laden. Und Double DOS kann man ein bisschen sehen. Direkt bei Mochi hier. Ich bin jetzt ganz hinten auf dem Spot. Aber relativ viele Foundies stehen. Eventuell replacen. Oh, da bist du. Moin. Da kommt Rex. Hast du keinen Umruf, um den Weg runterzukalken? Ich habe keinen Fallschirm, nix. Hm, ja auch nicht wirklich. Okay, ich muss hier mal ein Rewa-Unterren laden. Ich kann den nicht mehr wissen. Ich habe hier ein Sliebingwerk-Place. Ich hab ihn schon noch follow. Also, ich halte den runter. Scheiße, was war der Match? Immer noch Enemy Structure, ich bin in 28. Alter, ich bin auch fast gestorben, gegen das Fliegen. Nelly, welches Level bist du? Jetzt habe ich ein bisschen Level-Ups bekommen. Nicht 30, ne? Oh, drop? Ja, hier ist ein paar Drop. Alter, jetzt steht der Rex da einfach und guckt mich blöd an. Steht halt genau auf dem Aufgang. Das ist ein scheiß Ernst. Äh, 25. Kannst du immer noch 30 gehen? Weil eventuell ist sowas drin, aber... Ah, das könnte jetzt wer hier tun? Ist ein Kanu. Okay, Rex ist unten, ich bin oben. Wo? Hier sind immer noch Terrorbirds. Kannst du den ins Wasser kasten? Ich muss halt echt mal gucken, dass du vielleicht eine Bowler oder irgendwas... Ich habe halt gar keinen Heid. Ich kann halt nichts tun hier gerade. Heid ins Loch rein oder was? Oder habe ich auch nicht. Ja, dann... Ich bin zu langsam. Ich glaube, der Track ist runtergefallen. Ich kann gar nicht... Der Kabel müsste im Wasser sein. Ich bin am Eingang. Ja, ich bin auch... Terrorbird ist wieder oben. Ich bin Broken Bones. Keine Ahnung. Musst du machen, ich bin zu langsam. Dann... Komm, ich kriege es auch nicht gelevelt gerade irgendwie. Ich kann eine Fliege, wenn du willst, ne? Fliege ich tief. Da bräuchte du gerade. Ich hätte das Torch trotzdem geplastet. Der Weck ist auch wieder oben. Ja, wie gesagt, das ist alles auf Follow. Du musst dir mal Bowlers machen, bevor du den Highchest machst. Was ist los, Apfel? Ja, hier sind andere. Das ist schwer. Und ich habe gerade noch irgendwie fünf wieder vorne platziert. Simplex, bist du inzwischen wieder in der Nähe oder wie sieht es bei dir aus? Man hört nichts. Bist du bei dem Bronto da? Apfel? Irgendwo in der Nähe? Am Aufgang? Ich bin nämlich unter dem Bronto. Ich habe theoretisch acht Bowlers und einen vollen Bogen. Allerdings brauche ich noch einen Moment, bis ich rumgelaufen bin. Wenn jetzt die anderen gerade nochmal neu spawnen und auch gleich dazu kommen, kriegen wir das vielleicht noch hin. Das wäre jetzt öde, den jetzt zu verlieren. Aber da stehen eigentlich schon fast zu viele Foundys für die. Wenn wir da angegriffen da oder was? Oh ja. So, ja, ich spreche dich ja um ein paar Fundamente. Der war ein Dude mit Stoff. Der labert, oder? Ja, der hat da irgendwas gesagt. Ich habe es aber nicht verstanden. Hast du den Tod? Ne, ich habe ihm einfach eine Foundation vor die Nase geplastet. Das kommt dann glaube ich nicht mehr hoch. Aber an der anderen Seite kommt er noch hoch. Ja. Steht er da noch rum? Kann sein. Ja, ich werde im Wasser auch der Foundation setzen, aber der Kano macht mir nicht so einfach. Ja, nimm doch die letzten zwei Foundations. Spring runter und lass dich vom Kano töten. Ja, Mann. Wenn du eh respawnen musst. Hab ich auch. Schafft man es von oben und rechts? Das ist ja easy, ne? Äh, ne? Fight hier auch noch, by the way, gerade gegen den. Aber wenn wir mit Fackel spielen. Oh, ne, vielleicht lootest du mal den Ledermuster oder so, wenn du sie brauchst, ne? Irgendwie mehr, Gato, musst du aufpassen. Ja, das habe ich jetzt auch gesehen. Ich bin halt zu schwer, dass ich dir helfen kann. Ich bin zu schwer, dass ich dir helfen kann. Aber ich habe zwei Fundamente noch ins Wasser gestellt. Okay, so jetzt Kano, jetzt darfst du. Naja, der ist mit 100 übrigens, ne? Das mit der Fackel ist halt super nervig. Alter, ist das nervig. Das Bettchen steht. Ah, die haben mich ausgezogen. Peace. Haben wir eine Pfeile aber drin gelassen und das Schettin. Crossbow hast du schon, ne? Bitte? Crossbow hast du schon, ne? Ja, 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 klar, ja. Aber das würde ich mal für mehr Fortis. Ich glaube, dass jeder eins in die Tür zu macht. Ich will schon mal, wenn wir los selber holen, oder so? Ja, ich würde theoretisch losgehen, Frage ist, Craft für uns, also, das Metal für Feuerflag haben wir nicht, ne? Nein, nein. Wir haben ja jetzt schon nervös gemacht. Primeid hast du noch keins, ne? Nein. Ja, ich mach mal eben noch mal zwei, drei Fallschirme. In welche Richtung gehst du? Suchen? So Richtung Lava oder so? Also Richtung Lava-Case? Ja. Dann gehe ich jetzt gegenüber zum Berg, da zum Knochenspot, ne? Ja. In den Kanu, für den Temi haben wir in den Kanu. Mach, Freund. Zum Anfang auch ganz nervig, wenn dich irgendjemand abfuckt, oder so. Du rennst dir einfach ganz mal in den Kanu hinterher. Dann war es ja froh, dass du an dich eben, ne? Ja. Kann man machen. Da unten sind drei Petschirinos direkt auf der unteren Etage bei uns. Bei dem Torbogen. Ah, hier sind Kano. Wenn einer an Hyde will. Hier ist ein Kano. Ja, ich kann eben ranrennen und auf den Level schauen. 15, ich töte. Ja, ich gehe mal kurz auf die andere Seite und hole noch mal ein bisschen Crystal. 15, female? Ja, female. Mutterbreeding, Alter. Let's go. Ja, moin. 5 Saver jetzt auf Follow, oder was? Auf Follow? Hier mich auch. Ja, 5 sailt ab. Hier, es mal die Parasaurier. Oh, hier sind Ovis. Hier sind leere Ovis, ne? Oh, fangen wir halt. Oh, hier gerade das Pferd. Eben. Oh, ich habe ein paar Crystals. Ah, ne. Das will ich mir nicht an. Das ist ein Pferd-Tame, oder? Ich wollte gerade gucken, wie er bekommt. Er hätte ihn die 10 bekommen, hätte ich ein Pferd-Tame. Ich mache euch mal noch in der Fernrohre fertig, ne? Die wiegen nämlich weniger. Ja. Was hat er hier? Mate Boost, oder was? Nein, nicht runterrennen. Bitte. Bleibt einfach stehen. Irgendjemand gibt ihm hier gerade Mate Boost. Die 4 da unten. Sehr schön, Server lieb. Was ich zähle mit Focal Chili, ist gerade enorm angenehm. Ja, klar. Das ist wie lange drin. So, einen weiteren kann ich noch legen. Gucken wir mal, was wir da unten noch haben. Hätte ich auch gerne genommen. Wenn ich Woofenspeed hab, wie ich. Pocket Water. 135, den nehmen wir doch mit. Drops sind da. Okay. Ja. Guck mal, ob du vielleicht tatsächlich leveln kannst. Ne, er kommt nicht da vorbei. Ach, der ist ein Tundra. Ja. Da kommt er noch nicht an vorbei. Ja, ich hab in den Schnee gedacht, sorry. 135, leck mich am Arsch. Und gelber Drop. Ah, Müll. Hast du gesehen, ne? Ja, ja. Ich hab 6 zu offen. I don't know. Also. Oh, ne, das geht aber besser, ne? Ja. Egal, ich will doch nicht. Besser spielen. Oder so. Naja. Oh, ich will noch die 2 Drops, die vor mir sind, und dann komm ich zurück. Freut uns. Ein Hammer für Gato. Ja, ich hab. A Prime, alles gut. Ja. Oh, Shadesaw BP. 200er. Ja, werden wir niemals craften. Warum? Was ist der Spaß? Äh, 100 Electronics. 300 Poly, 200 Metal, 200 Cement. Wird doch eigentlich nicht. Ja, ist halt der Prentice nur. Äh, Oli, wenn du dir einen Sattel mitnimmst und in meine Richtung läufst, kannst du dir direkt den Saber abholen. Oh, da ist ein Rex am Verrecken. Ich hol jetzt eben den zweiten, dann würde ich Püssel einsammeln, aber ich würde ungern den Saber auf Follow dabei haben, wenn es geht. Kannst du theoretisch mit dem Sattel mir direkt entgegen gehen. Ja, ne, mit dem Dreckhaut ist mir eigentlich eigentlich nichts anlegen. Übel Pock. Echt? Also doch, du. Ja, gut. Kann sein, ja. Abverlassungsverlager. Alter, bei mir sind vier Leute mit Flak. Oh, da war ich? Ja, und kiten, kiten Flak. An der Base oder wo? Ja, ja. Also genau da, wo die deren One by One haben, da. Ja, mit Sabern umklotzen. Vorbei, mit Wunder nicht. Ja, der eine hat noch keinen Sattel drauf. Da sind vier Leute. Oh, die Frage ist, was sollen die tun? Wir haben Flak, Helm und Flak. Der andere hat nur halt. Ja, die kommen wahrscheinlich auch, ja, mit Fackel wahrscheinlich trotzdem noch an. Ich frag mich halt, warum, hast du den Tribe-Namen gesehen von den vier Typen? Äh, Abgehauen. Nein. Meinst du, das waren die? Ja. Ja. Äh, die hier unten am Anfang waren oder sind die einfach nur random hier vorbei? Warum sollte man halt zu viert hier rumrennen? Nee, nicht vielleicht zum Spot wollen. So, ich hab irgendwie nicht. Plus, boah. Wie viele Crystal brauchen wir wohl so? Ja. Ja, okay. Okay, ich hab jetzt, äh, 330 Crystal. Ich guck mal, dass ich noch auf 400 komme und dann komm ich nach Hause. Hat irgendjemand eigentlich gleich einen Blick, was dann für Telepotter fehlt? Mach ich sofort noch nicht in die Base-Craft? Alright, ich schau nämlich grad auch, um dass ich mal irgendein Reittier finde. Okay, ersten Telewater crafte ich. Den zweiten könnt ihr euch gleich selber craften dann, ne? Wär nur cool, wenn der steht, bevor ich, hat jemand meinen blauen Saber? Äh, äh, ja, könnte sein. Oh. Weiter. Ja, ich versuch's zurück. Ich loote den Game Drop, da komm ich hoch. Ja, mach mal. Ah, fuck, dass Spyglass ist. Was? Perishut, kam einer von euch zu unserem Spot? Ja. Wir sind in Combat. Wieso bin ich in Combat? Hä? Ja, hat schon einer geschrieben, dass es zehn Minuten dauert, irgendwie. Und der Water-Bubble geht an? Ne, ich bin jetzt mal ein Grünen. Ja, weiß. Und hat der Typ wahrscheinlich auch scheiße gelabert. Ja, wobei, mich wundert's, dass wir, also wenn du da nicht gerade jemanden angehittet hast, noch irgendwo, wieso? Habe ich doch da jetzt gerade noch an. Achso, du hast jetzt gerade eben jemanden angehittet. Ne, 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 aber das ist zwei Minuten her, so. Ja, das ist aber trotzdem sehr lang. Und vor allem, das hast du ihn angehittet, wieso habe ich dann in Combat? Ah, weil du in der Nähe warst. Naja. Ach schon. Oh, nicht Deinos. Habe ich unten überhaupt mit mir selber rein, oder ist da nur eine Tür? Ich denke dran, ihr könnt Kölkotzen und Impfkörfen, ne? Ja, hab schon angekauft. Wir bringen einfach rüber. Easy. Cool. Hast du gesehen? Ja, wohl, das ist schon übertrieben. Du, ganz ehrlich, das war, also. Wir waren ja ziemlich schnell wieder bei euch. Naja, ne, alles gut. Bei den Fahrbraten müssen wir halt. Wir können sie leider nicht pick upen, oder? Ja, egal. Du klärst dann hier oben hin, ne? Guck. Wir haben auch ordentlich eine Kotex-Craft und haben Parasaurus und wir getamed. Base. Ja, ich habe auch keine Reihen getamed, der lag nicht in den Garten. Oder neue Base oder so. Okay. Ne, ne, ne. Nennen sie Loch. Reaktos und Parasaurus? Ja, haben wir zwei. Das Loch. Zum Detecten. Ah, eins zum Detecten. Okay, nice. Wir wohnen jetzt im Loch. So, ich suche jetzt, dass man lauft hier, weil, Karin, ich habe keinen Bock, was. Ja, ich helfe dir dabei. Bin wieder zu Hause. In dem. Ja, also, wenn ihr die, by the way, knacken wollt, ne, dann muss gleich einer für C4 gehen. Uuuuh, Pog. Hallo. Ich habe gesehen, was ist das, Pog? Nichts hast du gesehen, das ist meins. Ne. Ne, es sind Revolver, BP und Revolver, beide 200. Oh. Du wechseln auch einfach. Oh, ich weiß nicht, wer ist das. Ja, ich weiß nicht, wer ist das. Revolver, ei, ei, ei. 400 Meter. Hab ich früher häufig gespielt. Ich muss sagen, ich finde halt den Flinten One-Hit immer noch besser, aber... So, Oli, du kümmerst dich, wenn du sagst, du willst umziehen, dann um den Umzug, aber wir wollten ja eventuell mit vier Turrets oder so, dann erst rüber, ne? Sollten da keinen anderen gleich zum Abend geholen gehen. Ja, ich gehe jetzt gleich. Können wir nicht schon Turrets bauen, dass wir wenigstens ein bisschen safe sind? Ja, also, ich muss sagen, ich würde mich auch froh dafür, wenn hier 200 Turrets stehen würden. Ja, mal schon sehen, ja. Wird ein paar sowas geholt. Wir haben aber verhältnismäßig noch sehr wenig Waffe und sehr wenig Settel. Dafür haben wir eigentlich schon ein bisschen was gelootet. Im Alpha Rex gefunden. Rüstungsteile haben wir auch noch nicht so wirklich, also es hält sich echt in Grenzen. Denkten haben wir noch von Alphas getötet. Wobei er hat, ja gut, das und er hat die Loot-Quality halt auch, glaube ich, verringert. Level was? 20. Alpha Rex, 20. Äh, okay. Schaffst du nicht, Leute? Ich nicht, nee. Mit Cross-Paw brauche ich es nicht versuchen. Wenn es nicht, dass er Kano es schafft. Wir könnten ihn low schießen, der Kano immer wieder im Kreiten, aber das könnte sein, dass der Kano dann immer aufgewandt wird. Ich hab'n Trike-Sattel. Und hier? 33. Na, das normale kann man ja klappen, Mensch. Ja, nee, 33. Geh' den pinken da hinten contesten. Aber ich glaube, da kommt noch ein roter runter. Wir müssen jetzt irgendwie ein bisschen Stuff kriegen. Du kümmerst dich um Turrets und Base, ne? Und Muni. Ja, ich werd' wahrscheinlich die Forges schon in der neuen Base aufbauen. Die Forges? Ja. Also, weitere Forges, oder was? Äh, ja, ich hab' grad eventuell 40 Stück geklauftet. What the fuck? Alles in Ordnung. Komm nicht hoch hier. Wie komm ich denn hier hoch, verdammt Pfeil? Ey, ich hab'n nix, dann machst du ja beim Drop. Nö. Ich bin hier so heftig. Oh, wait, holy shit. So gut, das war mal was. Oh, what? What? Was? Warte, was? Es ist nix, ich krieg dir die. Was? Bitte, was? Ich krieg dir die rein, ne? Bitte, was? Warte, hast du grad den Stream gesehen? Was habt ihr? Nein, was habt ihr für... Drei Flakkep ist in einem Drop. Helm, Handschuhe, Chest. Das ist doch nicht so gewollt. Es können drei Items drin sein. Das ist halt Lucky. Das ist nicht gut, aber... What the fuck? Wundermal geil. Sag mal, du mal von den Teilen. Ja, das war doppelte Power, von mir und Monetti. 560 zu 1. Das andere, die andere beiden waren über 300, glaub ich. Die Chest war 260, das Schlechteste. Oh, die Frau von... Die McDonalds-Leute haben noch Leder an. Hier hat einer einen roten Lock vor mir geduldet. Also, ich krieg den aber nicht, der ist zu schnell. Wurde, sie töten sie im Flex. Ja, der hat da wieder hin. Ich hab mich mal wieder im Schnee, von der Distanz her, komplett verschätzt. Ich dachte wieder, der Drop ist irgendwo so auf Hälfte, Schnee ist halt ganz hinten. Alter, drei Flakkepässe ein-Gloppt. Oh, hier ist ein Player betäubt. Arktischer. Wie der ist da betäubt. Er lag da naked rum. Und im Drodon. Schlag nochmal drauf und ein Knüppel. Ja. Hey, Drodon kommt und bleib dich an. DG. Ich hab zwei Fält-PPs nochmal gefunden. Ne, ne, ne. Binder. Er und seine PPs, ey. Ja, sind aber nicht so gut. Beide Fält-PPs sind besser. Und der Gerwe wurde auch gelootet, Alter. Das ist so ein Katzen. Äh, hat von einer Zeit eben Metal-Zonen. Also, das ist noch nicht in der Base. Der wäre, nein. Doch nicht in der neuen Base oder in der alten Base, wo wir jetzt das haben. Ja, scheißegal. Komm her, Robert. Ich glaub, die Pforte sind in der neuen platziert, aber ich hol jetzt das Holz dafür. Könnt ihr eben dann gleich anmachen. Parachuttet ein Typ auf mich zu. Verdi, kommst du dich schon gleich irgendwo rum? Ja, ich geh grad in der Base. Yo, Molly, hau rein. Was mit mir? Ich hab Yo, Molly, nicht Yo, Olli. Olli ist tot. Da kann der halt mehr im Knüppel rum. Was ist mit den Leuten, Alter? Kloren. Er hat ein 140, was wir hier betäuben wollen, oder keine Ahnung was. Liefer auf jeden Fall vor dem Weg, wollte er den vielleicht wegkiten. Wir haben uns auf Toilette. Der Revolver hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Er hatte Farbe, ein Diplo-Sattel. Ja. Er ist getroffen. Was gibt's? Ich bin toxic, mon idiot. Ah, das kann er behalten. Das kann er behalten.